...hob ich immer alles zitieren, damit wir am Ende nicht durcheinander kommen. Weil jetzt ist noch ruhig, aber Generation startet morgen und dann ist es wirklich hektik. Friedemann, komm mal her, deine vier Zeilen hier. Guck mal her. Ich hab mir echt Mühe gegeben. Ja. Ein Journalist kann sich wirklich exzellent durch Kürze ausdrücken. Gerade dieses ganze journalistischen Stilmittel sind komplett eigentlich noch mal neu mir beigebracht worden. Ich hab halt auch gelernt, wie man die Texte letztendlich schreiben muss, damit sie veröffentlicht werden können. Weil sonst hab ich die Texte immer ein bisschen anders geschrieben und jetzt weiß ich ungefähr, wie das alles funktioniert mit dem Aufbau eines Artikels. Ein Starkes vielleicht? Ein Starkes. Wenn das jetzt die Überschrift ist, ist die E schon ziemlich lang und ich würde dann auch das Große echt weglassen, weil Epos bedeutet, dass es sehr groß ist. Das Wort Epos beinhaltet, dass es ein großes Werk ist. Okay, zwischen Epos und Lagerwelle. Ja, das ist besser. Ein Interview mit Isabella Rossellini zu kommen ist nicht einfach. Also eigentlich ist der Satz schon okay. Ich finde ihn irgendwie auch ganz schön als Einstieg. Das klärt sich ja eigentlich relativ schnell auf, weil hier steht ja sofort im ersten Absatz, dass es im Haus der Kulturen der Welt ist und dass es die Eröffnung ist und das Zick-Zack-Kind da läuft. Am stressigsten ist mir jetzt in Erinnerung geblieben der Artikel zu Hide Your Smiling Faces, weil da hab ich echt richtig lange drin gesessen. Und da bin ich jetzt auch im Endeffekt nicht so zufrieden, weil da wurde relativ viel drüber geguckt von verschiedenen Leuten. Ich glaube, drei Leute haben sich das nochmal angeguckt und dadurch ist es irgendwie so nicht ganz so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Und an dem Artikel habe ich, glaube ich, jetzt sogar in drei Tagen oder so gesessen und ich war am Ende so genervt. Ich wollte es einfach nur fertig haben. Das war irgendwie ganz cool, aber es war so schwer zu verstehen irgendwie. Ich komme ja voll aus dem Dorf und hier mit der Großstadt ist schon ein ganz cooles Gefühl so. Ich habe mich selber auch schon voll oft erwischt, dass ich einfach durch die Stadt gegangen bin und einfach grinsen musste, weil ich mich so gefreut habe, einfach, dass ich hier bin, dass ich in der Stadt bin. Dann auch mit der Berlinale, wenn wir dann unsere Akkreditierung haben, zeigst du vor, zeigst dir eine coole Karte vor und kommst überall rein. Und die normalen Leute müssen draußen stehen bleiben. Ich kann einfach in jeden Film reingehen, der mich interessiert. Ich darf da umsonst rein, ich darf da was zu überschreiben. Ich kriege da Hintergrundinformationen dazu. Capturing Dead ist ein japanischer Film. Der hat mir super gut gefallen. Die sind alle so ein bisschen schwerer zu verstehen, aber die haben alle halt so das zentrale Thema Familie eigentlich, glaube ich. Und so Zugehörigkeit zu einer Familie. Und das war manchmal, da musste man schon ein bisschen schlucken oder auch da muss man ein bisschen mehr drüber nachdenken, bis man es versteht. Das sind Filme mit Hintergrund, mit politischem Hintergrund, kulturellem Hintergrund oder auch familiären Beziehungen. Da muss man sich reindenken in die Filme. Man kann da auch nicht einfach drinsitzen und das so auf einen herabrieseln lassen. Man muss sich da, das ist auch ein bisschen anstrengend, das zu verstehen, sich da zu konzentrieren. Aber es ist natürlich auch interessant, man lernt viel. Man lernt über andere Kulturen. Man sieht Sachen, die hart sind, aber es bringt Erfahrungsschatz. Und los geht's. Ich stehe hier gerade vor dem Haus der Kulturen der Welt und möchte mir die Kurzfilme der diesjährigen Berlinale anschauen. Wir haben internationale Filme dabei, aus Schweden, Brasilien, aber auch Großbritannien. Mich haben die Kurzfilme sehr beeindruckt. Die fand ich dieses Jahr unglaublich gut und da bin ich einfach total froh, dass ich die geguckt habe. Also ganz ehrlich, ich fand die meisten Filme waren ziemlich langweilig. Also ich bin bei einem Film eingeschlafen, ich war einmal im falschen Film und die meisten waren eigentlich ziemlich langweilig. Außer Shopping, wie gesagt. Und The Zickzack Kid war auch ganz gut gemacht. Mein stressigstes Erlebnis war so ungefähr der dritte oder vierte Tag, wo ich fast gar nicht geschlafen habe, dann irgendwie richtig viele Sachen schreiben musste, irgendwie 100 Filme auch noch gucken wollte und dann ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich bin von A nach B gerannt, um irgendwie alles auf die Reihe zu kriegen und nicht zu vergessen, auch noch was zu essen und was zu trinken und so. Genau, ich habe richtig oft den Shuttlebus verpasst und musste dann zum HKW rennen und noch in den Film reinzukommen und dann mit meiner Karte vorzeigen. Und auch, ich hatte total viel Stress die ganze Zeit. Die Damen, vielleicht noch mal zum letzten Mal zwei Minuten zuhören. Mariam, tippst du an deinen Text? Hab du das jetzt noch hinkriegt? Fritzi, kurz. Ja, aber Wiener meint das in Ordnung. Der Akku hat noch sechs Minuten. Okay, ich mache mal schnell eine Zusammenfassung des Workshops. Ein dickes Danke und ein richtig dickes Gutgemacht. Ich würde vorne mal fragen, wer ist denn im Deutsch-Leistungskurs von euch? Wir haben keine Leistungskurs. Nein? Okay, zwei. Friedemann. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr Deutsch-Leistungskurs. Okay. Oh, manchmal geht es im Leben auch ziemlich einfach. Oh, aber dann auch wieder kaputt.